Das Malbuch Hellblau Blau Grün Grau Rot Gelb Masia, darf ich mich bitte im Computer aufladen? Die Energie dort ist so süß! Unsere Ernährung muss ausgewogen sein, Nolik. Nicht nur sehr lecker. Leute essen ja nicht nur Süßes, stimmt's? Rosa Braun Türki Hellblau Grün Beig Grau Blau Was ist denn los? Zum Frühstück gab's Müsli mit Milch. Mama sagt immer, Milch ist so gesund. Aber ich find sie einfach ätzend. Aha, Nolik, da bist du. Geh dich aufladen. Zack, zack. Ich geh nicht. Hier ist Tom Thomas. Er will auch kein Frühstück haben. Warum denn nicht? Er findet die Milch ätzend. Rosa Orange Rot Gelb Gelb Grau Grau Braun Blau Fisch Blau Grün Also, was hatten wir denn alles für einen Milchshake? Wir haben Himbeermarmelade. Geht das? Das würde gehen. Und Erdbeermarmelade? Das wäre auch toll. Hier ist der Banane. Ich hab auch Schokolade. Guck. Und ich habe hier Erdbeereiscreme. Schmeißt den Mixer an. Stehst du am Morgen früh auf, oh ja. Stehst du am Morgen früh auf. Gib dir dein Frühstück viel Kraft, oh ja. Dann bist du richtig gut drauf. Wähle aus, was du anschauen willst. Klicke einfach auf das Bild. Abonniere unseren Kanal, um neue Zeichen Trickfilme anzuschauen.